Hallöchen und herzlich willkommen auf Milchfurcht! Danke, dass du mich einmal dazu hörst. Ja, heute habe ich zu Gast eine Sängerin, von YouTube zumindest, die heißt Sophie Jesberger. Könnt ihr meinen Kanal checken? Habe ich hier unten in den Beschreibungsfeld verlinkt. Und heute machen wir die, wie nennen wir diese Challenge? Zettel. Die Zettel-Challenge. Wir haben uns, also bist ja gesagt, irgendjemand von uns beiden, ich will jetzt keinen Namen nennen, hat sich Wörter ausgedacht, die wir in das Gespräch jetzt mit einbauen müssen. Wir werden jetzt einfach im Gespräch führen und da haben wir jetzt tolle Wörter. Ich bin gespannt, was es wird. Ich misch nochmal. Viel Spaß! Ja, ich hab schon geguckt. Fluch und Bedruch. Ich bedrück gerne. Soll ich das einbauen? Okay. Hi! Servus! Na, wie geht's dir denn so? Was machst du denn so aktuell? Aktuell... Ich sitz grad bei dir an. Laber mit dem Blödsinn wie immer. Äh, was isst du denn so gern? Was isst du so gerne? Pizza. Ja. Essig auch gerne. Zettel weg! Also nur damit ihr wisst, was ich erstatt. Hier stand Essig. Essig auch gerne. Essig auch gerne. Ja, das find ich cool. Und was hast du so für Musik momentan? Gänst du diesen einen Rapper da? Ähm, Essig Kochkirche? Also ich kenn nur John Legend. Oh, John Legend also. Okay, nicht schlecht. Trinkt ihr auch gern Kaffee, ja? Ne, davon muss ich immer kotzen. Okay, ja gut, das ist verständlich. Das ist genauso wie, wenn ich Gänseleber isse. Dann muss ich auch immer kotzen. Stimmt, gehen sie immer lieber zur Seite, ne? Achja, hey, du bist mein Lieblingsmuffin, ey. Weißt du noch, was du mir zum Geburtstag geschenkt hast? Nein. Mr. Banana. Ach so, ich dachte Nippelblitzer. Ja, was ist jetzt endlich? Also ich hab denen keinen Nippelblitzer geschenkt zu gehen. Ich hab gehört, wir fahren nix bis, ja, nach Marseille. Hab ich auch gehört. Fahren? Fliegen? Das wird sich noch entscheiden, ja? Auf jeden Fall werden wir da hinfahren? Vielleicht sind wir dann auch am Bahnhof. Geben wir noch mal in den Zoo. Ach so, weißt du, ach so, ich weiß was du meinst. Ja, okay. Ach so, ich weiß nicht wie der heißt, wer ist denn der Nummer? Berlin. Der heißt so. Ernsthaft? Ja, der heißt so. Okay, fix me. Sie sollte Bahnhof Zoo sagen. Sagen wir's mal so. Sagen wir mal Zoo, ja? Das fehlende Allgemeinwissen. Ja, Sack Zement, ey. Du gehst mir auf die Osteier, ey, oh nein. Oh, super, ey, das war krass. Na, vielen Dank, dass wir jetzt machen. Danke fürs Gespräch. Ja, das war super. War super. Ich hab die Brille extra ausgezogen. Ausgezogen? Ich muss grad die Kritik haben, so halten, dass ich das Zeug lesen hab. Also, es war ein sehr aufregendes Gespräch, was wir alles erlebt haben in letzter Zeit. Ist schon Wahnsinn. Das war der Milchvlog diese Woche mit Sophie. Und, ähm, ja, Mia, die Milchfurcht, die kennt mich hoffentlich noch. Ihr habt mich ja schließlich abonniert wahrscheinlich nicht. Aber wenn ja doch, dann bitte hier, äh, ihr habt ja schon. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann hier unten auf, äh, abonnieren klicken. Das war der absolute Hammer. Das war... Spitze. Und hier, guck mal, die haut schon wieder ab, Sophie. Hätt schon die Schnauze voll. Ja, gut, dann verabschieden wir uns mal. Macht's gut. Kommt gut durch den Tag, gut durch die Nacht, wie auch immer. Wann ihr das Video halt guckt. Und, äh... Viel Spaß mit unseren Kanälen noch weiter hin. Ja, genau. Und checkt auf jeden Fall mal ihren Kanal aus. Sehr gute Musik kann ich empfehlen. Sie ist schließlich mein Lieblingsmatt. Macht's gut. Ciao.